Die Keindorfer können noch so aktiv sein, aber wenn sie nur auf sich allein gestellt bleiben, dann werden sie in Brüssel nicht jene Aufmerksamkeit erwecken können, wie wenn da zehn oder noch mehr EU-Staaten gemeinsam dort auftreten. Herr Dr. Fischler, Sie gehören zu den kompetentesten österreichischen Landwirtschaftsexperten. Sie waren Landwirtschaftsminister, als EU-Kommissar zuständig für das Landwirtschaftsressort, sind jetzt Präsident des Europäischen Forums Alpbach und seit heute auch Humusbotschafter der Öko-Region Keindorf. Als Einleitung gefragt, welche Bedeutung hat der Humusaufbau aus Ihrer Sicht für die Landwirtschaft, für die Klimapolitik ganz allgemein? Ich glaube, primär hat der Humusaufbau einmal die Bedeutung dadurch bekommen, dass man mittlerweile weiß, dass man ungeheuer große Mengen an CO2 auf diesem Weg in den Böden speichern kann. Man kann den gesamten CO2-Eintrag in die Atmosphäre von einer Reihe von Jahren im Prinzip in den Böden speichern. Aber das setzt voraus, dass wir in der Ackerwirtschaft eine ziemliche Transformation brauchen. Das heißt, es muss weniger gepflügt werden, weil gerade dadurch, dass sehr viel Sauerstoff in den Boden gebracht wird, geht der Humusgehalt zurück. Und natürlich braucht es dann auch eine entsprechende Gründüngung und da braucht es entsprechende Fruchtfolgen und eine Reihe von anderen notwendigen Dingen, damit das funktioniert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, das ist, dass für die Landwirtschaft selbst eine ordentliche Humuswirtschaft eine große Bedeutung hat, weil erstens die Böden dadurch gesünder sind, mehr Wasser speichern können, weniger erosionsgefährdet sind. Man kann also auch auf diese Weise dann auch gegen verschiedene Bodenkrankheiten vorbeugen und dergleichen mehr. Also für die Landwirtschaft selber ist es durchaus attraktiv, einen guten Humusgehalt zu haben und eine gute Humuswirtschaft zu betreiben. Das nützt allen. Aber natürlich ist es kein Selbstläufer, sondern braucht entsprechende Investitionen und zwar alle Jahre. Auf der einen Seite zwar weniger pflügen, auf der anderen Seite aber eben eine vielfältigere Fruchtfolge. Und das ist vor allem in Regionen, wo sehr viel einseitig gewirtschaftet wird, also zum Beispiel sehr viel Mais angebaut wird, ist das also nicht so ganz einfach umzustellen. Es braucht also dann darüber hinaus auch eben nach Möglichkeit eine ganzjährige grüne Decke. Also man sollte eigentlich nie den schwarzen Acker sehen. Das wäre eigentlich das Richtige. Und natürlich muss, das ist ja die Voraussetzung dafür, dass Humuswirtschaft funktioniert, es muss der Boden ein gutes Bodenleben haben. Das heißt, man muss das Bodenleben stimulieren, anreichern. Und das kann also sehr leicht und rascher gelingen, wenn man also auch entsprechend biogene Stoffe in den Boden einbringt, insbesondere Kompost. Wie würden Sie das insgesamt beurteilen? Wie ist die Situation der Böden international betrachtet? Gibt es ja unterschiedlichste Meinungen dazu. Global betrachtet ist das also unterschiedlich. Reden wir mal von unseren Breiten, von den gemäßigen Breiten. Da ist alles, was also mit Bodenwirtschaft zu tun hat, ganz wichtig. Und da ist Humusanreicherung ganz wichtig. Auf den meisten Ackerböden in Europa entspricht der tatsächliche Humusgehalt nicht dem natürlichen Humusgehalt, den diese Böden ursprünglich gehabt haben. Und deshalb eben die Anreicherung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bewirtschaftungssysteme, wie zum Beispiel in Indien im Zusammenhang mit der Grünen Revolution. Da hat man durch die Kombination von Weizen und Reis am Bau einen höheren Humusgehalt zustande gebracht, und eine Intensivierung der Landwirtschaft erreicht, ohne dass da irgendein Problem entstanden ist. Im Gegenteil, da sind die Humuswerte allein durch diese Kombination besser geworden. Noch einmal anders ist das zum Beispiel in den Tropen, weil in den Tropen, da haben Sie das Problem, aufgrund der Hitze und aufgrund der vielen Niederschläge, da oxidiert sozusagen im Boden sehr rasch alles, was organisches Material ist. Da sind also die Böden sehr humusarm, aber auf der anderen Seite steckt wahnsinnig viel CO2 in den Beständen, in den tropischen Regenwäldern. Also man muss sich da, und das ist glaube ich der Punkt, man muss sich an die jeweilige Situation sehr genau herantasten und ausprobieren, was für die jeweilige Situation das Beste ist. Man sieht das auch bei den einzelnen Bauern. Also es bedarf eine gute Humuswirtschaft, bedarf eines guten Bauern. Weil nur ein Bauer, der sich da auskennt und der weiß, was für seine Böden das Richtige ist, ist dann auch imstande, optimale Ergebnisse zu erzielen. Jetzt gibt es Kritiker, die die Situation bei intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen so dramatisch sehen, dass sie von einer Verwüstung der Böden sprechen. Würden Sie auch so weit gehen? Naja, Verwüstung, das ist die Frage, wie man Verwüstung definiert. Aber eines ist schon richtig, wenn Sie bedenken, dass bei extremen Bewirtschaftungsformen, wo wahnsinnig viel gedüngt wird und insbesondere auch viel Stickstoff gedüngt wird, da kommt es dann natürlich auch zu Auswaschungen. Da dringt dann, wenn sich der Humus auflöst, sehr viel Stickstoff ins Grundwasser, was allein dann schon wieder ein riesiges Problem nach sich zieht. Und darüber hinaus ist auch die Widerstandskraft des Bodens geschwächt. Also der Boden, könnte man sagen, ist krank. Wird sich aus Ihrer Sicht das Bewusstsein um die Bedeutung der Böden in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Ist es größer geworden allgemein? Nein, das kann man, glaube ich, nicht so generalisierend sagen. Also ich kann Ihnen aber ein Beispiel erzählen. Mein Pflanzenbauprofessor, wie ich studiert habe in Wien an der Universität für Bodenkultur, hat in der Pflanzenbauvorlesung erklärt, künftig braucht man eigentlich nur mehr den Boden als Standort, sodass sich die Wurzeln da festkrallen können und die Pflanzen nicht umfallen. Alles andere wird man also technisch oder chemisch machen. Also von diesem Extremstandpunkt ist man längst weggekommen, mit Ausnahme von Spezialkulturen, insbesondere in Glashäusern. Die Glashaus-Tomaten werden immer noch ohne Boden produziert und auf einer Kunstfaserwolle und nur mit Nährlösungen. Aber das entspricht also nicht dem, was wir, glaube ich, nachhaltig nennen können. Wenn wir eine nachhaltige Landwirtschaft haben, muss man in die Böden investieren. In den letzten Jahren ist das also einerseits durch die Verbreitung des biologischen Landbaus ist ein Gesinnungswandel eingetreten. Und neuerdings tritt zunehmend auch ein Gesinnungswandel insofern ein, als dass man erkennt, dass der Zusammenhang zwischen der Gesundheit des Menschen oder auch der Haustiere und der Bodengesundheit viel, viel enger ist, als man das geglaubt hat. Wir haben ja in unserem Körper ein Vielfaches an Mikrolebewesen, als wir überhaupt Körperzellen haben. Und diese Mikrolebewesen, die sind sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Umgebung man lebt und je nachdem, wie man sich ernährt, zusammengesetzt. Und dieses Biom, wie man es nennt, das ist also jetzt auch in der Medizin erkannt, dass das für die vor allem langfristige Gesundheit des Menschen von größter Bedeutung ist. Also da tun sich ganz neue Forschungsgebiete auch auf, wo wir eigentlich noch sehr wenig wissen. Jetzt könnte man als außenstehender Beobachter den Eindruck haben, dass dieses ganze Thema Humusaufbau, Bedeutung von Humus, oft nicht wirklich ernst genommen wird. Es wird ja wenig diskutiert, habe ich den Eindruck. Es gibt wenig Programme, die diesen Ansatz fördern. Möglicherweise glaubt man dort und da ja nicht wirklich daran, dass es überhaupt langfristig nachhaltig möglich ist, CO2 auf diese Art und Weise zu binden. Glauben Sie, ist das mehr ein Kommunikationsdefizit oder halten Sie es für möglich, wie es auch manchmal unterstellt wird, dass die klassische Agrarlobby im Hintergrund für Gegenwind sorgt? Also ehrlich gesagt, ich glaube weder das eine noch das andere ist der maßgebliche Grund. Der maßgebliche Grund ist eigentlich der, dass man es sich einfach machen will. Und wenn ich also keine Humuswirtschaft betreibe und wenn ich den Boden nur als Standort betrachte und alles andere über Kunstdünger und synthetische Pflanzenschutzmittel regle, dann ist das sozusagen deppensicher, würden wir in Österreich sagen. Eine Zeit lang. Aber was die Langfristfolgen sind, das ist ja zunächst einmal oft jahrzehntelang nicht richtig erkennbar. Und in einem Punkt gebe ich Ihnen völlig recht. Es ist bis jetzt in diese Dinge viel zu wenig an Forschung investiert worden. Daher wäre es enorm wichtig, dass also auch die künftige Generation der europäischen Forschungsprogramme stärker auf solche Themenstellungen abgestellt werden. Inwieweit glauben Sie global betrachtet, dass das Wissen um die Bedeutung gesunder Böden für das Klima, die Chancen, die der Humusaufbau mit sich bringt, weltweit schon angekommen ist? Ist das weltweit ein Thema oder sind wir da jetzt eher Pioniere, wenn wir uns mit dem Thema befassen? Also das ist bei den Spitzenleuten durchaus weltweit ein Thema. Es wird in der FAO über dieses Thema diskutiert. Es wird beim Joint Research Center in der Europäischen Union über dieses Thema diskutiert. Es gibt auch eine Reihe von Universitäten, die angefangen haben, wie da zum Beispiel auch an der Universität für Bodenkultur. Da hat es also früher eben diese Position gegeben, die ich Ihnen geschildert habe. Und mittlerweile hat sich das fundamental geändert. Es gibt mehrere Professuren an der BOKU, die sich sehr intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Also es tut sich schon was, aber es dauert natürlich, weil die Transmission dann in die Praxis und in die breite Anwendung, die ja dann wiederum auch eine entsprechende Beratung durch die Landwirtschaftskammern und so weiter alles voraussetzt. Also da ist noch viel zu tun. Sehen Sie irgendwelche Hebel, bei denen man ansetzen könnte, um das Thema wirklich groß zu machen, schneller groß zu machen? Naja, die Hebel, bei denen man ansetzen muss letztlich, ist, dass man zeigt, und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis dieser Initiative hier in Keindorf, dass man nämlich zeigt, es zahlt sich aus. Der Bauer ist ein ökonomisch denkender Mensch im Prinzip. Und wenn er sieht, dass sich das rentiert, dass er da investiert, einerseits eben, weil er bessere und sichere Ertragsbedingungen hat, andererseits, weil er im Falle Keindorf auch direkt ein Geld dafür bekommt. Also das sind, glaube ich, die Dinge, die die Sache dann wirklich in die Gänge bringen. Jetzt gibt es in Keindorf ja diesen lokalen Handel mit Humus-Zertifikaten, der sich sehr erfolgreich entwickelt. Glauben Sie, dass das in größerem Maßstab auch ein brauchbares Modell wäre oder sollten eher andere Lenkungsmaßnahmen vielleicht zusätzlich favorisiert werden? Ich glaube, grundsätzlich ist so ein Modell, wie man über Zertifikate und den Zertifikatshandel tatsächlich einerseits Bauern dazu animiert, mehr in Richtung Humuswirtschaft zu tun, andererseits aber auch das nutzen kann in der Industrie. Das ist, glaube ich, grundsätzlich ein guter Ansatz. Und man darf nicht vergessen, die neue Kommission in Brüssel hat ja erklärt, dass sie dieses europäische Handelssystem wesentlich erweitern will. Also man will da einbeziehen, sowohl den Seeverkehr als auch den Flugverkehr, als auch verschiedene andere Transporteinrichtungen. Und wenn ich das aber tue, dann brauche ich ja auch mehr Angebote an solchen Zertifikaten. Also ich glaube, dass zurzeit ein guter Moment ist, hier initiativ zu werden und zu versuchen, auch die Brüsseler Behörden davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, wenn sie bereit sind, natürlich muss das alles überprüfbar sein, das ist ja keine Frage, aber wenn also die Gegebenheiten passen, dass also dann auch Humusaufbau als anerkanntes System für den Handel von CO2-Zertifikaten gelten kann. Ja, dann danke ich sehr herzlich für dieses erste Interview als Humusbotschafter der Öko-Region Keindorf. Ja, bitte. Ich wünsche alles Gute, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.